Musik Manchmal kann eine einzige Sekunde oder eine einzige Entscheidung ein ganzes Leben vollkommen verändern. Das ist Otto. Otto leitet die Abteilung Safe Work bei der Beutelhauser Gruppe. Unter dieser Marke sind alle Dienstleistungen zusammengefasst, die Menschen bei der Arbeit vor möglichen Schäden bewahren sollen. Um die eigene Gesundheit und die aller Beschäftigten zu schützen, gelten gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen, die durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit überprüft und sichergestellt werden. Jede Arbeit ist mit Unfall und Gesundheitsgefahren verbunden. Wichtig ist, sich Gefährdungen oder Risiken im Betrieb bewusst zu machen und zu erkennen, wo Handlungsbedarf besteht, bevor etwas passiert. Durch die Durchführung der regelmäßigen Prüfungen kann dies erfüllt werden. Ein Brand stellt eine ernste Bedrohung für alle Betriebe dar. Durch entsprechende Schulungen werden den Mitarbeitern wirksame Löscharbeiten vermittelt. Sichere Arbeit setzt sichere Arbeitsmittel voraus. Maschinen dürfen deshalb nur auf dem Markt bereitgestellt werden, wenn sie den Bestimmungen der Europäischen Maschinenrichtlinie entsprechen. Im Mittelpunkt der Seminare und Kurse steht die Sicherheit und die Qualifizierung der Beschäftigten bei Arbeiten an bestimmten Maschinen und Einrichtungen. Mit der Ausbildung und Schulung der Mitarbeiter investiert jedes Unternehmen in seine Zukunft. Denk dran! Sicherheit startet mit dir!